nein ich wollte mal warm kaffee trinken aha aber das bauen habe ich jetzt vergessen und da der raum hier allgemein ziemlich kühle sieht man lieber kunde zu machen ja aber ich will es halt nicht immer vergessen tut es halt trotzdem besser zu machen aber es wird nicht besser also ich würde das mal im fix über konto zu machen ich bin ja ich bin ja ich hab's gemacht oh gott was bist du denn vor einer der bau und pick der war getrunken auf den schwertfisch drauf ja hast du noch mehr loot von dem schwertfisch was brauchst du denn eine gibt es noch ein loot wofür du noch nicht kriegen kann welches dann so eine art schwert kannst du von so schwertfisch kriegen da kannst du aber wie hieß das vielweil bei spongebend jensen ist wahrscheinlich hast du schon bei dem oder bei dem anderen war bei dem anderen war das glaube ich da habe ich da schon bei dem hier nicht advancements alex mobs hier das ist es nicht hier ist auch nicht und hier ist noch nicht freigeschalten schwierig ich weiß nicht mehr wie es heißt muss man freischalten wahrscheinlich wasser würde ich jetzt warten und irgendwas machen mit den templates das tempels gefunden er kost amorten ost amorten warte warte ich komme kurz die farbe das kost coa sc welche farbe da steht ingredients ingles und crystals und das ist so von graus mit blauen zeiten das lager und das ist ein neues mit dem template einfach gucken ja zwei stück gleichzeit ich brauche nur eins davon dankeschön bitteschön damit haben wir jetzt das fünfte von 16 ich lege immer ein seite oder so deswegen ich weiß schon gesehen ob man die auswürde nutzt ja ich habe halt gotten riesengroßes boot gefunden und deswegen dass wir hier warum denn nicht auf was habe ich denn jetzt gewartet mensch warum wollte ich jetzt das ja ich wollte dax hier weiter machen genau aber ich möchte euch hier noch die zweite finden nach dass die zweite kohle gunpowder kohle moosplöcke ich nehme freilassen mit was ist mir das besser ja die brauchen spieler noch schon als statistische tische wo sie draufstehen so einen großen stabilen kästen so rum bauen würde ich ungerne aber wirklich schon auseinander hängen verstehen und dann muss ich ein kabel runter auf jeden fall da braucht man diese lens cable würde ich dann halt so eins hier nehmen noch direkt und das schon runter schicken und wird es da sinnvoller wäre wenn man erstmal den kern an dem wo platziert sondern vom kern aus anfängt das lager aufzubauen aber den kern warte mal haben wir noch einen autotrailer den ich nehmen könnte er stellen wir hier so temporär ein autotrailer hin bis der halt nicht mehr gebraucht wird dann brauche ich noch einen charger dann brauche ich mal kurz einen villager da muss nämlich gleich das ist mir nämlich aufgefallen jetzt heute ich habe jetzt mal kiva gefragt nach sky stones das wäre irrelevant denn man kann auch einfach sich von dem trader der dir auch die flugskistalle gibt der kann dir auch sky stones traden das ist schlecht das heißt wir geben dem jetzt emirates hier sind sky stones und dann kann er uns die trainern mit davon haben dann auf jeden fall genug wir brauchen ziemlich viele auf jeden fall dass ich würde um die 100 controller machen hat ja wenn ich am autotrailer drin das ist jetzt auch der letzte platz den ich belegen kann und dann habe ich das gesamte auto crafting gerade voll was wir bisher haben was aber auch nicht viel ist also von daher ist es auch nichts besonderes und controller wenn ich jetzt 100 stück machen möchte brauche ich noch 340 sky sonst mehr wenn ich jetzt 200 stück kraft man würde bräuchte ich noch clay kann ich jetzt nur tor gehen das ist kein problem das siehst du aber früh daniel aber ich habe eben glaube ich meine erstes pokémon so zu fangen also es hat echt gibt also ich habe es halt voll vergessen die ganze zeit ich habe mich gerade für dinks gebaut dinks ist aber super da ist die kiste und wieder kohle bist du jeden von diesen dingern findest du lange ich brauche kann man hier noch machen ich habe muss jetzt überlegen warum die das gestört hat aber ich habe so verstanden prism corner die hier brauche ich noch die kommen drunter die reintritt wäre da sinnvoller warte mal wir nehmen jetzt mal hier die dinge hin hier wird noch einer und dann kommt da hallo gar ja schön aber riesengroß grad jens nicht die grad jenste tempel dieser dieser wasser tempel ja es ist richtig riesig den ich gerade gefunden habe wo ist denn das fischi fischi netz da kannst du aber machen damit ich dir ein bisschen sehen kann und auch das betrachten kann ich soll jetzt machen schlafen ach schlafen ja dann ja dann sieht doch gerade so was von kacke aus ich bin noch muss uns angucken ich brauche aber jetzt die blöcke dafür oh mein gott ist das riesig das ist ja nicht so ich habe das das ist ja schon ganz genau war das funktioniert nicht mit rechts nicht nein bevor er verliert dann dass wir das bisschen haltbarkeit jetzt ja höchste fangrate das ist wie mit dem pokéball ja ich habe den ich muss also ich glaube hier ist wirklich das riesige viel mit trainer war das hat mir gar nicht diesen blick gemacht und hier ist von mir und torte ob sie den absenken schon wieder ein goldapfel ja ich weiß ja ist gerade wichtig ich höre jetzt einmal gleich den tempel markieren für dich die teile ich das noch mal in deiner web und liste also erst mal überhaupt machen genau vielleicht noch mal gar nicht sagen wie heißt das aus dem monument speichern und dann ist das einmal auf dem manager und dann da weißt du wie weit ich weg geflogen sind 2700 blöcke fliege dann kannst du hier aber den kampf abliefern nein danke du hast das so ein heilungsring welche richtung ist das das siehst du doch auf der karte oder nicht ich sehe über 15 und 1000 meter entfernung ach da ne doch nicht äh war das glaube ich ja passt auf dem weg ich bin auf dem weg nachher und ich fliege ich wusste die musik hab ich mir aber mal eben ja ich werde zu ende nehmen wir das hier lass ich überfahmen fangen mit meinem bischu ist diesmal die überwübe bei den trägern was habe ich jetzt meinen vertigo gott eine minute 41 1700 blöcke noch ja ich habe schon mal so ein paar kleine guardians hier ist lab raus wenn da den kopf na ich weiß ich brauche prismarinen schatz und ich brauche sie landern ich brauche sie landern ich brauche sie landern ich brauche sie landern prismarinen christel und prismarinen schatz also können wir einfach ich hätte mir auch so einfach man kann einfach die laternen mit zyklen aufbauen gehen aber gut egal das sind wahrscheinlich so einige von den laternen ne ich bin jetzt gerade nur an den guardians dran das weg das weg das kann auch weg das kann weg was kommt hier rein ja die schuhe wollte ich gefangen werden kann ich mein magnet nicht irgendwie im terminal laden oder so nein was ich aber gerade sehe auch so ein kleines ding komm sofort zu dir moment ich habe ja auch eingefunden das ist noch eingefunden aber so richtig unscheinbar also gar nicht gewollt im endeffekt aber mir ist das riesengroß und wirklich offenlegend das ist von der pro auch ein neues neuer ist das ist der neue wir haben durchs modpack haben wir neue ach so das normale ich weiß es ja gar nicht muss mal gucken ich bin gleich da dran der blöcke ein hoch auf den angel ring so da bin ich mal kurz gucken ja das sind die neuen ok glaube ich glaube ich zumindest oder ich hoffe ich kann auch sein jedenfalls ist das so ein ding so gucken hier ich sagst du übelst das labyrinth jedesmal hier schon mal ein elder guardian warum krieg ich denn diesen effekt nicht von dem weiß ich nicht bin mir auch ein bisschen gedauert elder guardian ist down was ja ist doch nicht schwer was bist du denn oh das ist ein hai jetzt habe ich ihn bekommen aber ich kriege hier gerade keinen schaden von den ganzen Viechern ok egal ich mache mir fast keinen schaden also selten hier gehen doch nicht alle auf dich ich bleib doch mal alter die nervt mich ich kann sie sich mitnehmen weil ich dieses miss hier ein elder guardian was dann ja durch meinen kritik kann ich jetzt die präsenten regeln abbauen zweite elder guardian ist was das mehrere drei stück oh gott es gibt drei stück pro monument und hier müssen wir dritte sein rein theoretisch jetzt hätte eine neue beste reinbauen habe ich sogar mal wirklich mal überlegt ja das habe ich überlegt weil diese riesengroßes hier mit den ganzen guardians ist das kacke kommt das eher mal als guardian fahren bauen weil ich habe noch nie die guardian von gebaut kommen die nicht kommen die immer wieder ja ich dachte ein bisschen sparen aber in der rissen ne ne aber ich habe noch drei minuten mining batik ähm da ist noch einer ja hast du gewonnen nein aber ich habe gerade seine weg gekriegt also ja ja ich suche noch bin leider hätte unter wasser gerade ein bisschen gefangen ich habe mich nämlich verlaufen oder verschwommen ich suche noch den ausweg von da wo ich bin zum lampen machen auf jeden fall wenn ich jetzt hier nicht alle abbauen kann das ist gar nicht so schlecht wo komme ich jetzt hier raus mensch bin ich nicht reingekommen hier geht es hoch aber hier ging es nicht weiter genau da ist die motion weiter vielleicht mal da lang wenn wir hier gucken hier komme ich auch nicht muss doch hier wie reingekommen sein hier dunkel ja ich kann nicht glauben ich habe keine blöcke abgebildet ach so ja ich habe auch noch blöcke hier hin ach nee das zählt ja als äh monster in der nähe ne ja und das ist auch ein trick wie man seine luft wieder herstellen können also nebenbei da brauchen wir nicht mal unbedingt türen für geht auch anders ich weiß nicht wie ich jetzt hier reingekommen bin ich weiß nicht wie ich hier reingekommen bin das kann also ist irgendwie so ich hoffe ich weiß nicht Ich glaube ich weißt nicht aber was Was ist jetzt so jetzt? Was ist jetzt so jetzt? okay so diesen dämlichen anderen ältergarten dann bin ich auch durch kann man ja vielleicht mal irgendwie der pabler gab und weiß ich halt gerade nur normale gardien sind die jungen keks die ganze gleiche zu kennen die ganze normalen ältergarten dass man hier ein paar sachen abbauen kann auch ach so das heißt wenn du den getötet hast ist der effekt weg oder was nein aber dann kommen wir doch kein neuer wir zwei sind kaputt einer fehlt noch das muss ja halt irgendwo noch einer sein weiß ich nur jetzt aber wo wenn die auch mal aufhören zu sparen hier nein ich habe gerade wieder den effekt gekriegt ja wird jetzt ruhig kein eingang mehr also jetzt bin ich habe ich mich ausgebotet das sind meine dinge also noch den einen ältergarten damit der auch wir mit dem mit dem effekt machen und dann kann man hier auch die prismarinen lampen abbauen und dann kann man ja man das was machen hier ist nix ich bin irgendwo unter wasser die ganze zeit also ich bin ja die ganze zeit schon in dem monument drinnen also hast du dich auch ins monument reingebottelt ich bin durch den haupt eingang rein ok also bin ich rausgekommen ok hier war der eingang vorhin interessant ok ich könnte man denken dass hier so ist aber hier ist nix ich bin gerade draußen hätte was doch gerade unter mir ich bin gerade draußen hätte was doch gerade unter mir ja aber ich bin jetzt draußen ok ich will hier jetzt aber auch aus also verraten mich nicht wo kann es sein wird sagen relativ weit oben immer wenn ich oben warte ich den effekt ich habe überblick verloren das ist hier glaube ich jedem die 10 egal hast du dich jetzt irgendwo rein gebaut und jetzt bin ich wirklich den haupteingang rein ok ich bin da nur aufzusuchen nicht im großen ja ich hab ein bisschen ehrgeizig als würde ich ihn wirklich schon gerne finden irgendeine ecke werde ich noch nicht durchsucht haben und demnächst sind der tache am chat alles klar ist doch mobbing ja man könnte auch über die haupteingang kommst du nicht weiter oder gehen wie viel weiter weiter halt also hier rein kommt man dadurch auf jeden fall ich habe schon wieder den effekt gekriegt bin jetzt auch hier drin man fährt sich halt so leicht so schnell das ist nämlich auch so viele guardians geworden und an jeder ecke sind jetzt irgendwie 10,12,15,30 stück und dann wirst du weiter lang weg Minecraft macht mir mittlerweile soundprobleme habe ich auch jetzt auch aufsperlen ja ich glaube hier ist er ich glaube ich will nie gesehen wir kommen da rein mein kraft macht aber auch kann ich mir was ist über mir und sagt ja dann hätte man mal so gar nicht nur ja ja genau was habe ich auch wie komme ich zum dahin willst du dann muss ja wenn dann hier oben sein hier keine essgeräusche mehr naja das sind so viele sonst einmal kann doch nicht wahr sein ja wir sind letzten schon denke ich auch das wenn man sich doch durchbauen muss eigentlich muss man das nicht aber ich sehe ja auch keinen mehr also ich habe jetzt mal ich habe jetzt mal die karte mal eingestellt ist am punkt dass man statt punkte von den viechern die bilder sieht aber nicht mal dann finde ich den hier drauf hast du hier die lampen schon abgebaut nein kam nichts zum abbauen hier ist ein weißer punkt das könnte der auch sein aber durchgehende mining vertiger hier runter geht es nichts hier hoch kommt man auch nicht noch hierdurch hast du aufgemacht und dann schon drunter starten lassen wie von drunter und unter dem gemälde da ist keiner da war ich doch erleben aber warum kriege unten den effekt den effekt hat überkriegen wenn du irgendwo näher wirst von dem wenn ich wieder hier regeln auch noch raus woher die jetzt gelandet am hauptlänger wieder oh man ich weiß auch nicht wo der sein soll egal wo ich hier lang gehe ich komme immer in die gleichen stellen zurück hatte ich schon mal gehabt ich hasse diese ocean monumente ganz ehrlich also sie sind wirklich auch mit den ganzen guardians ist es halt viel zu übertrieben die gehen halt eigentlich nur auf den keks die sind jetzt keine bedrohung gerade aber die gehen nur auf den keks eigentlich bin ich wieder hier die ganzen guardians habe ich hier auch recht die soundbugs das ist auch nervig ich bin ich wieder in dem raum mit einer tür bin ich wieder hier gelandet ich habe ihn wie du hast ich habe ihn gefunden ganz kleines räumchen alter das ist nicht so ernst ich habe zu dem älter gar den herd bekommen wo er ein kleines räumchen ich bin jetzt quasi direkt über die irgendwo fasst ja schwer zu erklären ich finde das auch nicht wieder her also sie ist mir über die karte ne halbfix er sagen wir sehen uns räumchen also spektakulär also es war jetzt echt sehr relevant an die das war hier irgendwo drunter also keine ahnung wie recht wir können nach hause gehen haben jetzt genug zeug okay okay home home wo ist home da lang so so